Ist das der Jonas Hofmann Nachfolger? Borussia Mönchengladbach hat einen neuen Spieler verpflichtet, einen Franzosen, sein Name Franck Honorat, jemand aus der Ligue 1 von Start Brest, der jetzt zur Borussia kommt und eine abblöde Summe von 10 Millionen Euro gekostet hat. Was der gute Mann alles kann und ob er der Borussia langfristig weiterhelfen kann, besprechen wir alles in diesem Video. Was ist eure erste Reaktion zu diesem Transfer der Borussia? Findet ihr ihn gut, findet ihr ihn schlecht, findet ihr ihn neutral? Gerne so mal eure Meinung und Argumente in die Kommentare schreiben. Ich bin wieder sehr interessiert, sie zu lesen und diskutiere natürlich immer gerne mit. Und gerne auch ein Abo da lassen, wenn euch diese Art von Mises gefallen und auch gerne eine Bewertung. Und wir gehen weiter rein mit dem Deal. Also, am Dienstag wurde von der Borussia ein Neuzugang vorgestellt, nämlich Franck Honorat, ein Franzose, ein Offensivspieler, der für eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro kommen soll. Wenn man eben Medienglauben schenken mag, Florian Plettenberg von Sky hat berichtet, 8 Millionen Soccerablöse plus 2 Millionen Boni. Und damit hat man genau das Geld gezahlt, was man für Jonas Hofmann bekommen hat von Leverkusen. Also zumindest in Sachen finanzieller Perspektive auf jeden Fall ein Ausgleich. Der 26-jährige Franzose unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Außerdem hat sich der französische Erstligist Prest eine Weiterkaufsbeteiligung von 15% gesichert. Und als Offensivspieler kommt Honorat natürlich auch als Ersatz von Jonas Hofmann. Wenn er nicht als direkter Ersatz kommt, dann auf jeden Fall als Verstärkung für die Offensive. Denn dort ist auf jeden Fall sein, liegen seine Stärken. Und damit wird er der Borussia auch zukünftig weiterhelfen wollen. Kommen wir mal zum Spieler selbst. Honorat ist 26 Jahre alt, in Frankreich geboren, 1,80 groß und auf dem rechten Flügel bzw. rechten Mittelfeld beheimatet. Hat auch mal für die französische U19 gespielt. Aber klar, bei der großen Talentlicht, die es nun mal in Frankreich gibt, hat er keine weiteren Spiele mehr gemacht für Frankreich. Und sein aktueller Markt liegt bei 10 Millionen laut Transfermarkt. Somit hat Borussia eigentlich genau laut Markt bezahlt. Und somit eigentlich nicht weniger und auch nicht mehr für den Franzosen auf den Tisch geblättert. Viele Fans der Borussia werden sich natürlich jetzt fragen, was kann der Mann überhaupt? Und da gibt es eine schöne Zusammenfassung vom Area Manager von Transfermarkt in Frankreich von Ronan Karoff. Der hat geschrieben, in Press schätzt man Honorats Tempo, den guten Abschluss und die Fähigkeit, Chancen zu kreieren, weil er immer den Anspielpartner im Strafraum suche. Außerdem hat sich Honorat bei seinem vorigen Verein, Saint-Étienne, sehr schussstark gezeigt. Außerdem hat er auch Qualitäten in der Defensive bewiesen. Also er hat auch grundsätzlich sehr viele Stärken, die er bei Borussia auch zeigen kann. Das zeigen auch seine Statistiken laut FB Ref. Klar, die offensiven Werte sind die besten bei ihm. Er kommt pro Spiel auf 0,33 Vorlagen. Außerdem bei 4,69 schusserzeugenden Aktionen. Pro 90 Minuten ist er also sehr aktiv im offensiven Feld der Mannschaft, wo er spielt. Da ist er auf jeden Fall auch immer sehr lästig gegenüber den Gegenspielern. Und was man auch viel gelesen hat, dass er seine Gegenspieler sehr gerne überrascht mit seinen Aktionen. Vielleicht auch ein Spieler, der im wichtigen Spiel entscheidende Akzente setzen kann. Und wie ich schon vorerwähnt habe, ist er auch in Zweikämpfen da. Ist er auch gut beim Pressing und kann gut Bälle auch abfangen. Dementsprechend auch bei Stad Brest, die ja eher mehr ein Bein ist, die ja in der unteren Region von der Ligue 1 spielen. Ein Spieler, der sich einsetzt, deswegen auch sehr beliebt gewesen bei den Franzosen. Trotzdem muss man die Pferde im Stall lassen. Wir reden hier über einen Spieler, der beim Abstiegskandidaten oder zumindest bei einer Mannschaft gespielt hat. Die in Frankreich doch eher zu den schlechteren Mannschaften gehört in der Ligue 1. Und der jetzt auch keine überragenden Stats geliefert hat. Denn meiner Meinung nach ist er auf jeden Fall eine Riege unter Jonas Hofmann anzusetzen. Denn dieser war ja ein Gamechanger für die Borussia. Wahrscheinlich der beste Spieler der letzten Saison, meiner Meinung nach. Und Honorar kommt rein und muss in diese großen Fußstapfen treten. Was Honorar auf jeden Fall machen kann, ist eine frische Perspektive in der Offensive zu bieten. Und was man auch dazu sagen muss, bei Brest war beim Verein, die eben um den Abstieg gespielt haben. Und dementsprechend auch jetzt nicht so viel Ballbesitz gehabt haben. Aber jetzt bei Gladbach ist er bei einer besseren Mannschaft, würde ich mal argumentieren. Die sich natürlich auch vielleicht auch Hoffnungen wieder aufs internationale Geschäft macht. Dementsprechend kann Honorar sicherlich auch überraschen. Außerdem hat Gladbach auch einen sehr guten Riecher bei Transfers aus der Ligue 1. Man darf nur erwähnen Markus Turam, Manu Kone oder auch Rami Benzebaini. Die alle jetzt natürlich funktioniert haben. Klar, Turam und Benzebaini hatten mal ablösefrei verloren. Aber nichtsdestotrotz zeigt es, dass die Abteilung Scouting in Frankreich sehr, sehr gut funktioniert. Und dass Gladbach da einfach sehr gute Kontakte hat. Dementsprechend hier auch ein wenig Optimismus bei diesem Transfer. Grundsätzlich sehr schnell und gut reagiert von der Borussia. Gleich einen Spieler geholt, der ihm offensiv Akzente setzen kann. Zwar nicht der 1 zu 1 Ersatz ist meiner Meinung nach für Jonas Hofmann. Das geht einfach nicht von den Statistiken und auch vom finanziellen Aufmann, den man betreiben müsste dafür. Aber nichtsdestotrotz in diesen Zeiten auch jemanden geholt, der definitiv bei der Borussia auch aufblühen kann. Muss er aber nicht. Deswegen hier auch ein paar Risiken dabei. Aber was sagt ihr zu diesem Transfer? Seid ihr ein Fan von Honorar oder sagt ihr eher mehr, ja, doch nicht der Richtige für die Borussia? Gerne zu eurem Meinung in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere wie immer gerne mit. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne eine Bewertung zu lassen. Gerne auch den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.